Hi und willkommen zurück zu Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch und zwar einen Azubi-Talk. Wir wollten nämlich mal von verschiedenen Azubis in verschiedenen Phasen der Ausbildung hören, wie gerade der Status Quo bei ihnen so ist und ja, mal fragen, wie es ihnen so geht und was sie noch so vor sich haben. Und dafür haben wir uns natürlich auch drei Azubis eingeladen, Joscha, Caro und Erik. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch gerne einmal vor. Ja, servus. Ich bin Joscha, bin gerade im Rating B in der Ausbildung, bin im Upper-Kurs. Das heißt, wir werden für den oberen Luftraum zuständig sein später mal und nach Karl zurückkommen. Genau. Und ich bin jetzt gerade so bei einem Monat 10 von 12, also die Akademiezeit ist bald so vorbei. Dennoch natürlich relativ am Anfang von der Ausbildung. Ich bin Caro, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin für den unteren Luftraum zuständig und auch schon im Leihverkehr tätig. Das heißt, ich bin schon fertig an der Akademie und jetzt seit einem guten Jahr eben im Leihverkehr und bin da schon am normalen Lotsen sozusagen mit Coach, der eben hinter mir sitzt und habe schon mal einen festen Bereich, in dem ich dann hoffentlich fertig werde mit der Ausbildung und danach dann arbeiten werde. Ja, hi. Ich bin Erik, 18 Jahre, bin jetzt gerade im Basic-Teil, also noch wirklich am Anfang der Ausbildung. Ich habe vor zweieinhalb Monaten hier angefangen und habe deshalb noch viel vor mir. Ja, cool. Danke, dass ihr hier seid und uns so einen kleinen Einblick in eure Ausbildung gebt. Ihr habt jetzt ja gerade schon gesagt, in welchem Kurs ihr seid und wie weit ihr so seid. Wenn man sich jetzt noch nie mit der Fluglotsenausbildung beschäftigt hat, kann man vielleicht mit so ein paar Begriffen noch nicht so viel anfangen. Wollen wir deswegen vielleicht einmal ganz kurz erklären, wie die Ausbildung so aufgebaut ist. Ganz grob, Caro, möchtest du vielleicht einmal erklären, welche Schritte man da so durchläuft? Gerne. Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das ist schon ein bisschen komplexer. Ganz grob kann man sagen, dass es zwei Phasen gibt. Die erste Phase an der Akademie der Ausbildung. Das heißt, alle aus ganz Deutschland, egal was für ein Lotse sie auch später werden, kommen einmal nach Langen, das ist in der Nähe von Frankfurt, und fangen da eben mit der Ausbildung an, um Theorie zu lernen und Simulator-Training zu bekommen. Und danach geht es weiter an den echten Verkehr sozusagen, an den Standort, an dem man dann fertig ausgebildet wird. Genau, und die Zeit an der Akademie am Anfang ist auch unterschiedlich lang. Kommt darauf an, eben ob man Tower oder Lower oder Upper ist. Das bedeutet normalerweise so, glaube ich, zwischen 12 und 15 Monate dauert die Zeit an der Akademie. Und die Zeit an der Akademie kann man auch nochmal ein bisschen einteilen in so zwei grobe Phasen. Den Basic, das sind die ersten fünf Monate. Und das Rating, das ist dann die restliche Zeit, damit es insgesamt 12 bis 15 Monate sind. Der Basic ist eben ganz am Anfang der, sag ich mal, größte Theorie-Teil. Da machen sogar auch alle dasselbe. Das heißt, egal, ob man in einem Tower-Kurs ist, in einem Lower-Kurs, also unterer Luftraumkurs, oder Upper-Kurs für den oberen Luftraum, machen alle im Basic die ersten fünf Monate dasselbe. Und eben, ich würde sagen, vielleicht so 70, 80 Prozent der Zeit ist wirklich Theorie-Unterricht, weil man erstmal eben lernen muss, was es da so alles in der Luftfahrt zu wissen gibt, an Grunddingen und Grundregeln und Flugzeugen und vielen verschiedenen Fächern. Ich bin mir sicher, da kann der Erik später noch mehr zu erzählen. Und danach eben kommt man ins Rating. Das bedeutet dann wesentlich mehr Simulator-Training. Da wird das Ganze schon deutlich praktischer und nicht mehr so viel Theorie. Ich würde sogar fast sagen, also bei uns ist es dann irgendwann schon so 90 Prozent Simulator, nur noch 10 Prozent Theorie, also fast keine Theorie mehr. Und da wird man weiter im Simulator ausgebildet. Und danach, wenn man eben an der Akademie fertig ist mit der PAP, mit der praktischen Abschlussprüfung, wie wir sie nennen, dann kommt man an den Standort und wird dann eben vor Ort weiter ausgebildet mit einem Coach dahinter. Hat am Anfang normalerweise auch nochmal Simulator-Training. Wie lange das ist, ist sehr unterschiedlich. Und wie lange man dann auch nochmal im echten Verkehr braucht, ist auch sehr unterschiedlich. Das heißt, das Ganze ist nicht so ganz wie eine normale Ausbildung, dass man sagen kann, drei Jahre oder man kann verkürzen auf genau zweieinhalb und hat dann am 1. Januar in zwei Jahren Prüfung. Das läuft bei uns ein bisschen anders. Das kann irgendwas zwischen zwei, drei, vier Jahren, je nachdem eben, in was für einen Bereich man kommt, wie gut man auch ist, eben sehr unterschiedlich. Das ist tatsächlich sehr individuell und an jeden Azubi wirklich angepasst. Okay, ja, sehr cool. Das war auf jeden Fall schon sehr anschaulich erklärt. Fangen wir mal beim Basic-Training an. Erik, du bist ja gerade im Basic-Training. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir gerade aus? Also, wie Caro schon gesagt hat, sind wir viel mit Theorie beschäftigt, was aber auch schnell dazukommt, ist der Anfang im Simulator. Das heißt, wir sind ja ein Tower-Kurs, aber wie schon gesagt wurde, wir machen eigentlich alle das Gleiche im Basic. Das heißt, alle Kurse, auch die Center-Kurse fangen an mit dem Tower-Simulator und in dieser Phase sind wir jetzt quasi gerade drin, was auch den theoretischen Teil, wenn es mal schwieriger wird, einfach ein bisschen erträglicher macht, weil man weiß, man kann es dann irgendwo auch gleich mit in die Praxis umsetzen. Und das heißt, unser Alltag besteht zwar aus vier Theorie, aber gerade in den Phasen jetzt auch zu einem immer größer werdenden Teil an Praxis haben wir jetzt auch gerade unsere Tower-Prüfung hinter uns. Das heißt, das ist nicht ganz so theoretisch, wie wir auch am Anfang vielleicht befürchtet haben. Okay, also, das hast du ja gerade schon gesagt, erste Prüfung hast du dann auch schon hinter dich gebracht. Hast du auch schon vielleicht so Themenbereiche abschließen können, wo du denkst, okay, bin froh, dass ich mich damit jetzt nicht mehr den ganzen Tag beschäftigen muss? Also, ich glaube, so richtig abschließen, ich weiß nicht, wie spät das ist. Zumindest wir jetzt können noch mit gar nichts eigentlich, weil wir auch wissen, dass wir das irgendwo dann später wieder brauchen. Was natürlich jetzt erstmal Tatsache ist, dass wir den ganzen Tower-Teil ein bisschen fallen lassen und uns jetzt erstmal um die Center-Seite kümmern, da unsere Simulation machen. Aber gerade da wir im Tower-Kurs sind, wird das ja auch schnell wiederkommen. Also, so richtig abschließen mit dem Thema nicht. Aber es ist schon so, dass die Sachen, die wir jetzt auch gerade viel einfach machen im Tower, dass man sich da nicht mehr groß mit beschäftigen muss, dass man da nicht groß lernen muss, weil es halt einfach irgendwann drin ist. Wie ist es bei dir, Joscha? Wie sieht dein Alltag gerade so aus? Ja, also erstmal kurz, ich fand es sehr krass erklärt von Caro. Ja, ich bin auch sehr wahnsinnig. Ja, unser Alltag, gerade eigentlich schon, wie sie gesagt hat, am Ende auch größtenteils noch Sinn. Wir hatten am Anfang, also dazu zu sagen, Rating A und Rating B ist genau eine Zweiteilung vom Rating, nach dem Basic dann. Und zu beiden Teilen gab es am Anfang eine kleine Theoriephase, die war wirklich begrenzt und danach eigentlich nur noch Simulationen. Und jetzt gerade am Rating B auch jetzt so am Ende, wo es zur Papp hingeht, eigentlich sechs Stunden am Tag, oder acht Stunden am Tag Sim dann mit Pausen. Und das ist eingeteilt in Frühschicht und Spätschicht. Also wird so langsam angepasst, dann an das Schichtsystem später im Center. Und die Intensität wird auch gesteigert. Also damals im Basic war es noch so, dann im Tower Sim, mit 20 Minuten Simruns. Im Radar wurden es dann eine halbe Stunde. und beim Rating mittlerweile ist es eine Stunde. Und bei dir mittlerweile, du hast zwei Stunden Schicht. Genau. Der Lower Kurs macht auf jeden Fall am Schluss vom Rating, machten wir zwei Stunden Runs. Das heißt, das steigert sich insgesamt an der Länge, an der Komplexität eben auch, also wie viel Verkehr das ist oder auch wie komplex der Verkehr ist. Das steigert sich halt alles. Das lernt man alles nach und nach, weil man natürlich nicht von Anfang an, wenn man auch gar keine Ahnung von irgendwas hat, und so kommen wir ja eigentlich alle hierher. Zumindest die allermeisten. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die allermeisten haben wirklich nicht so viel Ahnung von dem, schon vorher dann, was die dann machen werden. Oder zumindest nur so eine grobe Idee. Und deswegen fängt man eben logischerweise eigentlich gemeinsam bei Null an und steigert sich dann immer mehr so. Ja, genau. Und wenn ihr jetzt so zum Beispiel Erik zuhört, habt ihr dann schon auch manchmal das Gefühl, okay, ich habe doch schon ganz schön viel geschafft in einer sehr kurzen Zeit. Ja, definitiv. Also ich finde, es wird auch voll im Hintergrund gedrängt, wie schnell eigentlich alles geht. und ich glaube, das wird auch die ganze Ausbildung so sein, dass du manchmal nach drei Monaten irgendwie rekapitulierst. Was habe ich vor drei Monaten gemacht? Wo du damals schon gedacht hast, boah, ja, krass, ich bin mega weit. Ich weiß eigentlich schon alles. Und jetzt, also rückblickend in den letzten neun Monaten, habe ich, glaube ich, den Moment 25 Mal gehabt, wo ich mir gedacht habe, so krass, wirklich nochmal komplett anders. Bei dir wird es wahrscheinlich noch besser sein. Ja, also schon krass. Also ich kann mich da sehr gut noch sozusagen zurückerinnern, so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Aber die, also die Phasen sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also es baut schon alles aufeinander auf, logischerweise. Das ist schon alles gut so gemacht, wie es ist. Aber es sind trotzdem, man geht durch sehr viele verschiedene Phasen mit verschiedenen Schwierigkeiten, ob eben Theorie oder Praxis oder welche Fächer. Und die einen Sachen fallen dem einen leichter, die anderen Sachen fallen dem anderen leichter. Und ich bin schon sehr froh darüber, dass ich das, was ich hinter mir habe, schon hinter mir habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich müsste jetzt nicht unbedingt nochmal mit dem Basic anfangen. Ich gebe zu, ich weiß jetzt auch nicht, mache ich mir alles ganz genau. Und manchmal denke ich mir so, den Ordner müsstest du eigentlich mal wieder rausholen. Das wäre jetzt ganz gut. Aber die wichtigsten Sachen, die behält man schon. Und man lernt wirklich in der Ausbildung keinen Quatsch. Also wenn ich jetzt überlege, zum Teil in der Schule, was ich da irgendwie gelernt habe, wo ich so dachte, muss jetzt sein. Aber eigentlich weiß ich jetzt schon, das werde ich mein Leben nicht mehr brauchen, die wunderbare Gedichtanalyse. Das ist in der Ausbildung wirklich sehr, sehr, sehr anders. Natürlich braucht man nicht das ganze Wissen und man ist auch froh, dass man nicht das ganze Wissen braucht, was man da am Anfang lernen muss. Schon sehr viel. Aber den aller, 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 allergrößten Teil braucht man wirklich. Und es wird sehr praxisnah beigebracht. Und man realisiert, glaube ich, auch schon schnell, was man von dem, was man lernt, auch braucht. Also, dass das nicht irgendwie Quatsch ist, was man lernt und direkt wieder vergessen kann, sondern dass es wirklich alles auch sinnvoll ist, was man da in der Ausbildung lernt und alles auch irgendwie anzuwenden ist später mal. Zum Teil merkt man es auch erst später. Zum Teil merkt man es direkt am Anfang. Ja, aber ich bin schon froh, dass ich das hinter mir habe, was ich hinter mir habe. Sehr gut. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du die Zeit an der Akademie auch ein bisschen vermisst oder ob du eigentlich happy bist. Für dich war jetzt ja die Umgewöhnung nicht so groß, wenn du hier im Langen, im Center bist, bist du ja quasi noch am gleichen Standort. Aber guckst du dann schon manchmal rüber, wo dann die Leute im Basic Training rumlaufen und denkst, ach, das war eigentlich auch nicht schlecht. Ja, also was ich auf jeden Fall noch einen Ticken cooler sozusagen als jetzt fand, war wirklich diese Gruppengemeinschaft. Die hat man einfach in der Akademie noch viel mehr. Also man startet eben als Kurs normal mit acht oder 16 Leuten und die gehen dann normalerweise wirklich bis Ende der Akademie, diese zwölf bis 15 Monate miteinander, ich sag mal, durch die ganze Sache durch, durch jede Prüfung, durch jede Praxisprüfung, durch jede Theorieprüfung. Und da entwickelt sich schon irgendwie eine besondere Gemeinschaft. Das wurde mir vorher auch schon immer so gesagt und das wusste ich aber vorher nicht, das kann man sich nicht so gut vorstellen, würde ich sagen, weil es schon auch anders ist als eine Klassengemeinschaft, zumindest in meinem Kurs war das so, im positiven Sinne. Und die vermisse ich schon zum Teil, weil wir uns natürlich im Lower jetzt speziell, gibt es ja die drei Lower Center, und zwar München für den so südöstlichen Luftraum, dann Lang für eben den größtenteils westlichen Luftraum und dann Bremen noch für den Nordosten. Und deswegen teilen wir uns dann eben als Kurse auf, auf Bremen, Lang und oder München, je nachdem. Und aus meinem Kurs sind tatsächlich auch überall welche hingekommen und ich vermisse schon zum Teil die Leute, die dann nach München oder Bremen gekommen sind, weil ich eben in Lang gelandet bin, weil wir schon eine coole Gemeinschaft waren und das natürlich jetzt schon ganz schön weit weg ist. Und schade ist, dass man die eben jetzt nicht mehr so gemeinschaftlich da hat. Und man, also ich fühle mich nicht alleine in der Ausbildung, auf gar keinen Fall, aber das ist danach im OJT schon eher was, was man noch wesentlich selbstständiger, wo man wesentlich selbstständiger durchgeht, als in der Akademie, wo man wirklich das Ganze immer die gleichen Prüfungen als Kurs hat. Das ist einfach danach nicht mehr so. Danach arbeitet jeder an seinem Arbeitsplatz, zu anderen Zeiten, in anderen Sektoren, mit anderen Schwierigkeiten. Und das ist dann auch alles nicht mehr so ganz 100 Prozent vergleichbar, wie es halt vorher noch als Kurs war. Und das war schon cool, irgendwie so einen Kurs zu haben. Und wir waren auch super happy. Also ich glaube, es gibt fast keinen, der mit seinem Kurs nicht zufrieden ist. Also ich war auf jeden Fall mit meinem Kurs super, super zufrieden. Wir hatten eine mega coole Zeit und da denke ich schon manchmal dran. Ja, wir hatten in einer vorherigen Folge, hat uns auch eine Taulotin erzählt, dass sie mit ihrem Kurs noch in den Urlaub fährt jedes Jahr. Also vielleicht müssen wir sowas mal in Angriff nehmen. Ja, mal gucken. Ich glaube, wenn wir erst mal fertig sind, dann hat man wieder ein bisschen mehr Kapazität, dann kann man sich um sowas auch wieder kümmern. Das stimmt. Ihr habt ja gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen, sind, dass die Ausbildung doch sehr schnelllebig ist. Also ihr müsst in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Stoff lernen und macht ja auch sehr große Fortschritte. Aber das geht ja auch mit Hürden einher. So, das braucht man uns ja nicht schönreden. Gibt es so klassische Herausforderungen, wo so eine typische Prüfung zum Beispiel, wo einem vorher immer alle sagen, oh, pass auf, die hat es in sich. Oder ich glaube, das Beispiel, das viele Leute aus dem Uni-Alter kennen, ist die gefürchtete Statistikprüfung aus dem BWL-Studium. Gibt es sowas in der Lotsenausbildung auch? Naja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt sowohl für Tower, Loa oder Upper so gewisse Prüfungen, die sich immer herumgesprochen haben. So, okay, das ist auf jeden Fall herausfordernder. Genau, aber an sich ist es auch ziemlich gut aufgeteilt, weil du wirklich super viel Unterstützung bekommst und da langsam drangeführt wirst. Ich meine, man kann nicht vermeiden, dass man vor bestimmten Prüfungen irgendwie nervös ist. Gehört ja auch auf jeden Fall dazu. Aber ich finde, bis jetzt hält es sich auf jeden Fall noch in Grenzen. Was war die Prüfung, vor der du am meisten Angst hattest und vor der du jetzt am meisten Angst hast? Vor der du am meisten Angst hattest, aber auf jeden Fall FaceReport Rating A. FaceReport geht ein bis zwei Wochen und da wird man sozusagen über eine Periode, Phase beobachtet, muss man auch bestehen. Ist auf jeden Fall Simulation. Also die Theorieprüfungen sind eigentlich nach dem Basic mehr oder weniger größtenteils erledigt. Und die Prüfung, vor der ich am meisten Angst habe, haben werde oder habe, ist auf jeden Fall die PAP, also die praktische Abschlussprüfung, weil da geht es natürlich um alles. Auch nochmal Side-Fact. Nach der PAP bekommt man die International Students European License. Ich habe es sicherlich in der falschen Reihenfolge gesagt. Aber das ist sozusagen die erste physische Sache, die man langt bei der Ausbildung. Und die muss man auf jeden Fall auch bestehen, sprich das ist auf jeden Fall eine große Hürde. Genau, aber man wird von allen Seiten sehr gut darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie hattest du das damals in Erinnerung? Also, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist tatsächlich. Ich hatte immer, also ich habe mich eigentlich immer so auf die nächste Prüfung konzentriert, weil ich wusste, weil man sich am Anfang natürlich, kriegt man das alles ein bisschen erklärt, was gibt es alles für Prüfungen. Und dann hatte ich eigentlich so wenig Überblick und konnte das ja eh noch nicht einschätzen, was in drei Monaten für eine Prüfung kommt, dass ich mir da noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe. Sonst war eigentlich immer so die nächste, war eigentlich immer die schlimmste im Sinne von, weil ich da wusste natürlich, was auf mich zukommt. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass auf jeden Fall insgesamt die PAP, also auch die PAP, die die krasseste so vom Gefühl her war, jetzt gar nicht unbedingt vielleicht die allerschwierigste, aber so die, wo man halt irgendwie weiß, dass das Ende, das muss man hinkriegen. Es gibt auch Leute, also es ist auch nicht ungewöhnlich tatsächlich, dass da Leute durchfallen. Und da hat man schon großen Respekt vor. Die geht auch über mehrere Tage. Das ist jetzt nicht nur einmal fünf Minuten, wo man eben was aufschreibt, sondern wirklich über mehrere Tage mehrmals, dass man im Sinn beobachtet wird von verschiedensten Leuten und so. Und da ist man schon extremst aufgeregt, was natürlich dann auch nicht unbedingt hilft, je nachdem, wie man damit eben umgeht. Genau, also ich würde sagen, von bis jetzt hatte ich auf jeden Fall vor der PAP die meiste Angst. Und ich glaube sogar fast, aber mal sehen, ob es stimmt oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube selbst, dass ich vor der PAP mehr Angst gehabt haben werde, als vor meinen Abschlussprüfungen dann am Schluss, weil man sich irgendwie schon anders und besser vorbereitet fühlt, glaube ich, wenn man wirklich die richtigen Abschlussprüfungen am Schluss macht, macht man das, was man schon macht, eben für eine viel längere Zeit schon, ist viel mehr drin und weiß mehr, was auf einen zukommt, auch wenn es natürlich nicht ein fertig geschriebener Run ist, wo eigentlich theoretisch vorher schon feststeht, was vorkommt, weil im echten Verkehr kann immer alles passieren. Also eigentlich ist es viel unvorhersehbarer, aber man fühlt sich eigentlich so, als wäre man halt schon viel besser darauf vorbereitet, eben logischerweise, dadurch, dass man schon da die ganze Zeit arbeitet. Aber wie ist das bei dir? Also wie ist so deine Prüfungslage? Also bei uns ist es ziemlich genau so, wie du es jetzt beschrieben hast. Also einfach, weil wir natürlich auch nicht groß wissen, was auf uns zukommt, jetzt gerade nach dem Basic, dass wir uns so von Prüfung zu Prüfung, sage ich mal, kämpfen. Das ist natürlich auch immer dann spannend, mit den Kursen über uns zu reden, also mit dem Tower-Kurs vor uns, so zwar, wenn uns erzählt wird, was so für Prüfungen auf uns zukommen, aber auch die Kurse, die jetzt kein Tower sind, die direkt vor uns sind, weil man dann natürlich schon wissen will, ja, wie war denn jetzt eure Prüfung, die, die wir halt in drei Wochen machen werden. Aber ja, tatsächlich ist es dann so, dass wir uns halt überlegen, die nächste Prüfung wird wohl die schlimmste. Wobei jetzt gerade, wie du auch am Anfang gesagt hast, so, wir sind jetzt zwölf Leute im Kurs und da wir uns auf alle Prüfungen eigentlich gemeinsam vorbereiten, ist es tatsächlich auch nicht so das Gefühl, ja, ich gehe jetzt da rein und ich habe da Angst davor, sondern es ist halt, ja, einfach der letzte Teil von, zum Beispiel jetzt der Tower-Prüfung von vier Wochen, wo wir sowieso zusammen jeden Tag im Simulator saßen und deshalb ist das jetzt vielleicht noch nicht das Problem oder das, wo wir uns so Gedanken drüber machen, weil es dann auch irgendwie mal was ist, worauf wir uns freuen oder worauf man sich auch freuen kann, weil man ja dann ja irgendwie zeigen möchte, was man jetzt gelernt hat, auch wenn es vielleicht bei uns jetzt noch nicht so viel ist. Ja, aber es ist schon viel, finde ich. Also ich finde, man sollte es auch nicht unterschätzen. Also klar, im Nachhinein, dann lernt man natürlich irgendwie mit der Zeit noch mehr, aber ich fand, am krassesten waren schon am Anfang irgendwie die Fortschritte und die Sprünge, die man gemacht hat, weil man so viel auf so kurzer Zeit am Anfang lernt, weil man wirklich aus dem Nichts kommt und dann halt wirklich theoretisch ja schon so ein bisschen Tower arbeiten kann nach nur so ein paar Wochen Sim. Also wenn man sich das mal überlegt, klar, du würdest jetzt nicht draußen das einen richtigen Tower dann alleine irgendwie das alleine hinkriegen, natürlich, aber so ein Grundkonzept, wie das funktioniert und was man da macht, das hat man ja schon schnell, schnell in Anführungszeichen gelernt nach wenigen Wochen. Also ich finde schon, dass man da auch schon viel erreicht hat in der Zeit. Also ich finde, das sollte man auch nicht runterreden. Ja, auf jeden Fall. Vor allem auch Theorie wissen. Also genau. Und im Basic, ich meine, da ist es jetzt halt vielleicht nochmal eben eher so punktueller, weil du halt alle zwei Wochen eben dementsprechend auch eine Prüfung hast. Dann Theorie, Praxisteorie. Jetzt nochmal ganz kurz zurück wegen dem Faceport und PAP. an sich. Also du hast auf jeden Fall recht, genau was ich noch sagen wollte wegen dem Faceport. Das Entspannte ist halt in dem Sinne, da geht zwei Wochen oder eine Woche. Deswegen ist es da nicht so schlimm, wenn man irgendwie sie ein paar Mal missbaut. Und das war eben das Problem bei der PAP. Und was auch, denke ich, so generell die Nervosität von allen ziemlich groß ansteigen lässt, dass du da einen relativ überschaulichen Eindruck machst gegenüber den Prüfern. Und deswegen ist es halt viel, viel wichtiger, dass du einen guten oder schlechten Tag hast. Weil, kann man eigentlich auch nochmal kurz ansprechen, schlechte Tage, jetzt vor allem im Sinn in der Praxis, gehört halt auf jeden Fall auch dazu. Und das ist natürlich auch stressig. Genau, weil egal, wie cool man manchmal wirkt, wenn man irgendwas richtig gut im Sinn macht, man hat definitiv auch alle paar Wochen, alle paar Tage, alle paar Monate, whatever, irgendwann und dann läuft gar nichts. und dann überdenkt man erstmal alles, die ganze Karriere und whatsoever. Genau, aber dann nochmal zurück vor, letztendlich wird man eigentlich von allen Seiten unterstützt, an der Akademie eben noch mehr von den Kurskollegen, aber auch von den Coaches und genau im Notfall auch von, also wir haben sogar eine Psychologin an der Akademie für die Leute, die es noch nicht wissen, also auch super cool. Wenn, also du sagst ja schon, schlechte Phasen gehören auch mal dazu, kommt es dann auch mal vor, dass jemand eine Prüfung mal vielleicht nicht besteht oder einen zweiten Anlauf braucht oder ja, für irgendwas ein bisschen länger braucht. Wisst ihr, wie das dann läuft? Grundsätzlich ist es so, dass wir bei den Theorieprüfungen bestanden haben, wenn man 75 Prozent hat, das heißt bei uns ist es nicht so wie in der Uni 50 Prozent, das ist ja normalerweise zum Bestehen reichen und wir haben auch nicht so ein richtiges Notensystem irgendwie mit 1,7 oder wie auch immer, sondern wir haben sozusagen Buchstaben beziehungsweise Wörter, die wir dann bekommen, also N für nicht erfüllt, T für teilweise erfüllt, E für erfüllt und Ü für übertroffen, also sozusagen unsere vier Noten, die man so bekommen kann, N eben für nicht erfüllt ist eigentlich, sag ich mal, wie eine 6, das bekommt man im allerselten Fall, also ich kenne niemanden, der jemals irgendwo irgendwie ein N bekommen hat, also dafür musst du wirklich, darfst du gar nichts tun eigentlich. T ist eben teilweise erfüllt, also theoriemäßig alles unter 75 Prozent, E ist erfüllt, also ab 75 Prozent und Ü ist übertroffen über 90 Prozent. Das ist so sozusagen die Bewertung, die man in den Theorietests bekommt, aber auch diese Wörter, sage ich mal, bekommt man auch für die praktischen Prüfungen oder für die Sachen, die man eben in der Praxis macht, wird man auch in verschiedenen Teilbereichen dann bewertet in diesen Buchstaben, nenne ich es jetzt mal. Genau, und es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man mal irgendwo irgendwie einen T hat und bei uns ist es auch so, dass wenn man sozusagen einen T hat, dass man insgesamt dann auch einen T hat, das heißt, die schlechteste Note sozusagen zählt, auch wenn man überall theoretisch ein Ü hätte, also alles übertroffen hätte, aber in einer Sache teilweise erfüllt, dann ist man sozusagen trotzdem insgesamt durchgefallen und es kann schon schnell mal passieren, dass man irgendwo eben mal jetzt nicht 100 Prozent perfekt ist oder mal einen Fehler macht, das heißt aber auch nicht immer sofort, dass man dann einen T bekommt, also die Erwartungen sind nicht, dass man da 100 Prozent immer jederzeit leisten kann, aber es ist jetzt eben auch nicht ungewöhnlich, dass man in der Prüfung mal durchfällt, das ist auch in Ordnung, solange man, also ich würde sagen, solange man auch von außen merkt, dass derjenige trotzdem Bock hat und das machen will und das schaffen will und sich Mühe gibt, also was anderes ist natürlich, wenn jemand bewusst da irgendwie gar nicht lernt und dann irgendwie 40 Prozent im Theorietest schreibt, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn jetzt einer leider mit irgendwie 74,2 kann halt passieren, dann leider durchgefallen ist, weil halt die 0,8 Prozent gefehlt haben, weil die eine Frage falsch beantwortet war, ist natürlich ärgerlich, aber man bekommt immer eine zweite Chance, das heißt man darf jeden Test auf jeden Fall ein zweites Mal machen und bei mir im Kurs jetzt speziell, also ich habe mit 16 Leuten angefangen, war ein Lower-Kurs, wo vielleicht insgesamt die meisten Leute es letztendlich ganz zum Schluss nicht schaffen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie am schwersten oder kompliziertesten ist, das wird zum Teil irgendwie, hält sich der Ruf so, ich finde es aber auch schwer vergleichbar, fast keiner hat irgendwie auch beides gemacht und kann es so richtig beurteilen, also finde ich irgendwie auch schwer zu sagen, ich kenne ja nur das, was ich dann gelernt habe, außer dem Basic natürlich, den alle kennen, aber bei mir im Kurs auf jeden Fall war es überraschend gut, wir waren 16 Leute, von denen 16 an der Akademie durchgekommen sind, wir hatten sogar niemanden, der in der Papp durchgefallen ist, das ist aber auch sehr, sehr ungewöhnlich, also ich glaube normal ist schon so, dass drei, vier in einer von den drei Prüfungen, die man hat, durchfallen, zum Teil auch mal in zwei, extrem unterschiedlich, aber es schaffen eigentlich dann doch auch alle im zweiten Versuch und genau, bei uns haben es sogar alle 16 in der Akademie geschafft und wir sind sogar bis jetzt auch von den 16 Leuten noch 15 da, nur eine, die von sich selbst ausgesagt hat, sie möchte das nicht, sie hat realisiert, im echten Verkehr ist es doch nicht der richtige Job für sie, der die sozusagen von ihr ausgekündigt hat, das kann eben leider auch passieren und sonst, die anderen 15 bei mir tatsächlich sind alle noch dabei und sind sogar zum Teil auch schon mit den ersten Abschlussprüfungen fertig. Ja, spannend, du hast ja eben schon mal angesprochen, dass man sich manchmal auch mit den älteren Kursen austauscht, gerade so was so Prüfungen angeht und was so auf einen zukommt. Kann man sich da auch Unterstützung holen oder habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass es auch so ein bisschen ja Leistungsdruck von außen gibt, weil man sich vielleicht mit anderen vergleicht? Also ich glaube, das Vergleichen, zumindest bei uns bis jetzt war noch nicht so das Problem und tatsächlich geht es da auch meistens weniger ums Inhaltliche als einfach um, weiß ich nicht, den Ablauf, das Gefühl dafür zu kriegen, wie das so funktioniert. Also wir hatten jetzt natürlich drei Wochen, vier Wochen Simulator, wussten aber ja überhaupt nicht, was in der Taubrüfung auf uns zukommt, wie das so abläuft und dann ist es einfach gut für die eigene Sicherheit, für die Ruhe, vorher schon mal zu wissen, ja, wie ist denn der ganze Ablauf? Worauf muss ich vielleicht besonders achten? Worauf wird geachtet? Einfach um einen selber dann ein bisschen runterzuholen und das ist das, was uns dann auch natürlich viel hilft, wenn wir das von den älteren Kursen mitbekommen. Nehmt ihr das auch so wahr? Definitiv. Also auch später, wenn man hauptsächlich nur noch simmert oder so. Bei uns, wir hatten immer ziemlich viel Kontakt mit unserem älteren Kurs und haben uns auch super viele hilfreiche Tipps gegeben, weil die natürlich schon drei Monate weiter sind und wie wir schon gesagt haben, drei Monate in der Ausbildung ist echt viel teilweise und wir haben da echt die ganze Zeit gute Tipps bekommen. Auch manchmal, wenn es irgendwie blöd lief an einem Tag. Ich habe ein paar Mal mit einem geschrieben oder so. Oh ja, war bei mir auch so zu dem und dem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall sehr gut, ja, beruhigend. Und Caro, du hast ja eben auch schon angesprochen, dass aus deinem Kurs eine Person dann im Live-Traffic quasi gemerkt hat, dass es nicht so das Richtige ist. Wie ging es dir, als du dann das erste Mal quasi im Center gesessen hast und dann da plötzlich richtige Flugzeuge auf dem Radar hattest? Schon cool. Also schon ein krasses Gefühl auf jeden Fall, wenn man halt so lange trainiert und man wirklich ja so viele Stunden, sage ich mal, irgendwie ja investiert und vorher so viel trainiert und geübt und so viel durch, ich nenne es jetzt mal, durchgemacht hat und Prüfungen bestanden hat und so. Es ist schon irgendwie cool, wenn das dann irgendwie so richtig anwendbar ist einfach. Also ich finde, man kann so dieses OJT, wie das funktioniert, also das On-the-Job-Training, so nennen wir das nach der Akademie eben, wo man im echten Verkehr ist und am Standort, wo man dann eben auch bleibt. Das kann man so ein bisschen, finde ich, vergleichen mit dem Führerschein auch so, wie das so aufgebaut ist. Man hat eben eine Mindeststundenanzahl in verschiedenen Phasen und eine Maximalstundenanzahl, daher ist es eben auch unterschiedlich lang und jeder hat zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt Prüfungen und man übt eben, wie beim Führerschein sozusagen auch, man hat eben noch einen Fahrlehrer, sage ich mal, daneben, der hinter einem sitzt und auf alles aufpasst, was man tut, der letztendlich in dem Moment auch verantwortlich ist. Also solange man in der Ausbildung ist, haben wir nie die wirkliche Verantwortung. Die Verantwortung trägt immer unser Coach, das heißt, er ist auch dafür zuständig, wenn irgendwas nicht gut läuft oder so, sofort einzuschreiten. Passiert aber auch selten, muss ich sagen. Dachte ich auch im Vorhinein, dass es öfter vorkommen würde, ist aber eher weniger der Fall, weil man sich viel mehr eigentlich auch nebenbei darüber unterhalten kann und weil man so gut ausgebildet in den echten Verkehr kommt. Also es ist nicht so, du wirst da mal reingeschmissen und guckst mal. Also es ist nicht so, wie jetzt irgendwie, finde ich im Auto, wo ich dann am Anfang ein paar Mal abgewürgt habe und dann stand ich halt am Kreisel. So wird man nicht alleine gelassen, so kommt man nicht in den echten Verkehr. Man ist wirklich extrem gut trainiert. Man hat so viel Simulatorübung vorher. Man trainiert auch im Simulator davor auf einem höheren Verkehrsaufkommen, als man den echt dann normalerweise hat. Das heißt, du bist eigentlich für mehr trainiert, als du eigentlich draußen haben darfst, um eben sicherzustellen, dass man das auch grundsätzlich leisten kann. Aber natürlich ist es auch was anderes, wenn du dann plötzlich im echten Verkehr bist und die Piloten nicht mehr so gut verstehst, weil das plötzlich nicht mehr alles diese Leute sind, die einen Raum weitersitzen mit einer perfekten Akustik, sondern weil die ja dann plötzlich wirklich in so einem Flugzeug sitzen und irgendwie eigentlich Chinesisch sprechen oder Türkisch und dann irgendwie doch überhaupt gar nicht so gut Englisch, also nicht so eindeutig für dich Englisch sprechen und die Akustik einfach schlechter ist zum Beispiel. Also es gibt schon viele Sachen, die dann auch anders sind, an die man sich ja noch schon am Anfang erstmal gewöhnt, die man auch realisieren muss dann erstmal irgendwie auch, dass es echt ist natürlich. Aber man ist super gut vorbereitet. Also ich hatte jetzt wirklich zu absolut keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich irgendwie total alleine gelassen bin oder das gar nicht schaffen kann oder wie auch immer, man ist dann trotzdem nie alleine. Auch wenn man dann in dem Sinne nicht mehr diese Kurskollegen als Gemeinschaft um sich herum hat, hat man eben dann seine Coaches und seine anderen Kollegen, die einen jederzeit unterstützen. Und genau, so ist es dann auch im echten Verkehr, ja. Ja, cool. Lasst uns gerne noch mal kurz auf die psychologische Betreuung zurückkommen. Ihr habt ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass es durchaus normal ist, dass man mal so einen Moment hat, wo man denkt, schaffe ich das überhaupt? Also vor allem, wenn man vielleicht eine schlechte Phase irgendwo hat. Also ich glaube, das ist schon mal sehr beruhigend zu wissen für alle Azubis oder zukünftigen Azubis, dass das normal ist. Wir haben nämlich auch eine Folge aufgenommen mit der Tanja, die in der Betreuung arbeitet. Habt ihr das auch schon mal in Anspruch genommen? Beziehungsweise wir haben zum Beispiel auch über so Stressbewältigung und sowas gesprochen. Habt ihr das Gefühl, ihr habt da schon so ein bisschen was gelernt, was ihr so anwenden könnt oder auch wie ihr so mit dem Lernpensum umgeht? Ja, also seht ihr da einen Unterschied zu, als ihr hier angefangen habt? Also ich habe es tatsächlich schon in Anspruch genommen, einfach weil es für mich auch was Neues war und ich deshalb auf jeden Fall vorhatte, vorher schon das zu nutzen oder mal zu probieren, ob es vielleicht sinnvoll ist für mich, weil auch tatsächlich im Auswahlverfahren in Hamburg schon gesagt wurde, ja, ist möglich und sollte man nutzen, warum auch nicht, wenn es zur Verfügung steht und ich muss auch sagen, es war vor der ersten Prüfung noch, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, weil es einfach ja auch Tipps sind, die man so an die Hand gelegt bekommt, die auch wirklich weiterhelfen und wo auch jetzt noch, auch wenn es jetzt noch nicht so lang ist, aber anderthalb Monate später, ich war anfangs im Simulator, so denke, boah, läuft das nicht so gut und dann aber so ein paar Sachen habe einfach, die mich da runterholen können oder die mich dann wieder oder die wieder dafür sorgen, dass ich runterkomme, in den Fokus komme, mich einfach besser wieder darauf konzentrieren kann und nicht so Gedanken habe, die mich vielleicht dann auch davon ablenken, was ich eigentlich machen will. Deshalb, ja, ich habe es einfach probiert und war auf jeden Fall zufrieden damit und ja, es war auf jeden Fall eine große Hilfe. Ja, cool. Wie war das bei euch? Ja, also ich habe es noch nicht in Anspruch genommen, aber allein der Gedanke, dass man es theoretisch in Anspruch nehmen könnte, ist auf jeden Fall super entspannt und was auf jeden Fall der Fall war, ich habe mich viel, viel besser kennengelernt, also im Laufe der Ausbildung, weil man merkt schon an gewissen Stellen so, okay, ich bin gerade schon einfach gestresst oder wie gehe ich damit um und bei mir war es einfach mein Handy, weil ich gemerkt habe, also auch schon eigentlich davor, nur davor habe ich es nicht richtig realisiert, dass ich halt, wenn ich abschalten will, super viel ans Handy gehe, aber das macht nicht viel Sinn, ich will es auch eigentlich mir nicht über Handys auslassen, aber ich habe halt viel angefangen mit anderen Sachen, also Treuzworträtsel einfach mal machen, viel mehr gelesen und keine Ahnung, mittlerweile weiß ich nicht, wenn ich gestresst nach Hause komme, weiß ich eigentlich genau, was ich machen muss. Bei mir war es so, dass ich auch, also tatsächlich auch mal bei Tanja war, ich glaube, es ist auch überhaupt gar nichts Ungewöhnliches, eher im Gegenteil, ich würde sagen, es ist eher ungewöhnlich, aber noch nicht bei Tanja war. Also bei mir im Kurs auch super, super viele waren schon bei ihr und ich glaube, ich habe auch von allen gehört, das ist einfach cool. Ja, das ist schon praktisch, das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil die Ausbildung schon, also man hat in der Ausbildung schon sehr viel Druck irgendwie, der auf einem lastet so und man muss da schon lernen, auch irgendwie auf seine eigene Art und Weise eben mit umzugehen, das ist eben auch bei jedem verschieden und sie ist auch dafür da und das kann sie auch sehr gut, da eben Tipps zu geben, also da selbst einen Weg mit zu finden, mit umzugehen und so. Mir ist das am Anfang auch schwer gefallen, also ich war eher vorher vom Typ jemandem, dem viel zugeflogen ist, also in der Schule ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, gute Noten zu schreiben und mündlich mich ein paar Mal zu melden und so und das war aber dann am Anfang in der Ausbildung nicht theoriemäßig, sondern eher praxismäßig nicht so, also es ging mir da ein bisschen anders, das ist mir ein bisschen schwerer gefallen und ich war es vorher eher gewohnt, immer bei den Besseren dabei zu sein, ohne so viel zu tun und dann hat sich das so ein bisschen gewendet und in der Ausbildung war es dann bei mir tatsächlich so, dass ich sehr, sehr, sehr viel getan habe und trotzdem nicht bei den Besseren dabei war und da habe ich am Anfang schon so ein bisschen geschluckt und musste da irgendwie auch erstmal lernen, mit umzugehen, jetzt in meinem Fall persönlich, was mir auch gar nicht so einfach gefallen ist und schon irgendwie zum Teil schwer war und man muss da irgendwie auch lernen, dass man sich nicht so vergleichen darf, also zum Teil wird man natürlich immer automatisch verglichen mit anderen, weil man immer mit denen zusammenarbeitet irgendwie und natürlich benotet wird und immer, wenn man eine Note bekommt, dann ist es ja in der Schule auch schon so, es gibt irgendwie gefühlt einen Schnitt und dann bist du drunter oder drüber oder wie auch immer. Man fühlt sich aber Gott sei Dank, finde ich nie oder sowas bei mir, nie von den Kollegen aus verglichen, also es war nie so, dass mir jemand gesagt hat, oh, du kannst das überhaupt nicht, bla, 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 im Gegenteil, dadurch, dass es mir schwerer gefallen ist, wurde ich noch mehr unterstützt von meinem Kurs, also ich hatte auch eine Prüfung zum Beispiel, weil es mir sehr schwer gefallen ist, wo ich auch gefragt habe, ja, hier können noch mal ein paar Leute da bleiben aus dem Kurs vielleicht und mit mir üben, weil man manche Sachen auch einfach nicht alleine üben kann, also da bringt es einem nichts, wenn man alleine zu Hause sitzt, sondern die muss man, da braucht man verschiedene Personen, ich sage mal wie so Rollenspiele, die man halt gemeinsam üben muss und da sind sofort, obwohl ich nur zwei Leute gebraucht hätte, sind irgendwie fünf Leute in den ganzen Nachmittag bis abends da geblieben und wir haben das geübt, damit ich besser darin werde und so war es auch wirklich, also von den Kollegen her und von meinen Kurskollegen speziell wurde ich super unterstützt, auch von den anderen Lehrern, die wir da an der Akademie haben, von den Coaches und so auch total, man muss aber natürlich trotzdem irgendwie durch diese Prüfung kommen und egal wie jeder einen unterstützen will, muss man natürlich irgendwie diese Leistung dann auch zum Schluss bringen und so und da hatte ich eben auch glaube ich zum Teil zu viel Angst oder hätte weniger Angst auch haben sollen, als ich dann tatsächlich hatte und da hatte mir auch Tanja auf jeden Fall zum Teil geholfen, da besser mit umzugehen, aber es ist cool, auch im Vergleich zu anderen Ausbildungen, glaube ich, dass man sich nie den Druck machen muss, dass man wirklich direkt mit anderen verglichen wird, weil es für die Firma nicht so ist, dass irgendwie von 102 zum Schluss eine Stelle bekommen und die zwei Besten angenommen werden, sondern die DFS, das finde ich, merkt man auch in der ganzen Ausbildung fördert, dass es eigentlich jeder, der anfängt, von der DFS-Seite aus alles bekommt, damit er das auch schafft und zu Ende führt, also es gibt überhaupt gar kein Konkurrenzdenken und Konkurrenzkampf zwischen uns im Kurs, kein bisschen mit keinem, weil es auch gar keinen Sinn ergibt, weil auch alle stärker sind, wenn es alle schaffen und weil alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wenn der eine Kurs dem anderen hilft. Man hat nichts davon, also es gibt bei uns auch keine kompletten Einzelgänger, sonst würde man, glaube ich, im Ausfallverfahren auch nicht durchkommen, meiner Meinung nach. Es macht auch keinen Sinn für die Arbeit, Einzelgänger zu sein, dann schaffst du das auch nicht zu arbeiten, du kannst draußen nicht alleine alleine arbeiten, das ist kein Job, den man alleine macht und so wird es auch in der Ausbildung eigentlich schon gelebt und miteinander gelebt und so wird sich gegenseitig unterstützt und so kommt man auch immer weiter und der eine, dem fällt es halt da schwerer, dem anderen fällt es da einfacher und so hat halt jeder seine Stärken und Schwächen und man unterstützt sich gegenseitig, würde ich sagen. Und was ich glaube, euch auf jeden Fall raussticht, also der Arbeitgeber in dem Fall, die DFS, ist extrem daran interessiert, dass man eben die Ausbildung schafft. Ja, super spannend und ja auch sehr schön und gut zu wissen, dass man eben nicht nur fachlich gut betreut ist, sondern dass eben auch ja während der gesamten Entwicklung, die man so durchmacht, man betreut wird und auch Anlaufstellen hat, das ist auf jeden Fall nicht bei allen Arbeitgebern so. Kommen wir mal, wenn wir mal bei der, bei der DFS bleiben, so ein bisschen Vorurteile oder nennen wir es mal Expectation versus Reality. Die Fluglotsenausbildung ist ja schon sehr unterschiedlich zu vielen anderen Ausbildungen und ich glaube, deswegen können sich auch viele Leute vielleicht am Anfang gar nicht so viel darunter vorstellen, aber so ein paar Klischees hat man ja vielleicht doch schon mal gehört. Wie war das denn bei euch? Hattet ihr, bevor ihr hier angefangen habt, eine Vorstellung davon, wie es so wird und wie wurde die erfüllt oder nicht? Oder habt ihr es einfach so auf euch zukommen lassen und euch ein bisschen überraschen lassen? Also bei mir war es tatsächlich so, ich wusste überhaupt gar nicht, was auf mich zukommt. Ich bin auch zum Glück aus meinem Kurs nicht der Einzige gewesen. Das heißt, das hat uns vorher natürlich auch ein bisschen Ruhe gegeben, dass wir jetzt wussten ja nicht, die anderen wissen alle und nur ich weiß nicht, was jetzt passiert, weil man auch oder ich zumindest noch nie von jemandem gehört habe, so vorher, der da groß drin steckt oder der mir hätte erzählen können, wie so die Ausbildung abläuft. Was aber der Vorteil davon war, ist, dass alles, sobald es hier losging, was passiert ist, einfach auch dann eine positive Überraschung war für mich, weil alles, was irgendwie mir gut gefallen hat oder was Spaß gemacht hat, halt was war, was ich völlig so nicht erwartet habe, weil ich halt gar nichts erwarten konnte und ja, deshalb kaum Erwartungen hatte, aber die trotzdem übertroffen wurden, bis jetzt so. Damals bin ich auf die DFS aufmerksam geworden, weil es ein Kumpel von mir gesagt hat und davor noch nie einen Gedanken über Flugsicherung gemacht, danach eigentlich auch noch nicht richtig. Bis ich, ich habe mich dann überzeugt, mich zu bewerben, das habe ich dann auch gemacht und als das dann so langsam in die Wege geleitet worden ist mit dem Ausbilderfahren etc., habe ich mich halt ein bisschen mal belesen, aber auch, ja, man findet natürlich jetzt nicht irgendwie ganz akkurate Sachen beziehungsweise irgendwie versteht man es dann doch anders, weil man sich nicht so intensiv damit beschäftigt, dass man, dass man es völlig verstehen kann und ansonsten stimme ich ihm natürlich zu, ab dem Moment, wo es dann angefangen hat, irgendwie, ja, krass, doch alles anders, wie ich es mir vorgestellt habe, aber cooler. Also, ich weiß nicht, super viel, jeden Tag ist so ein großes Rätsel und irgendwie, keine Ahnung, am Ende vom Tag weißt du halt auf jeden Fall mehr, entweder mit ein paar Hürden oder nicht, je nachdem. Also, ich würde sagen, ich bin ein extrem neugieriger und organisierter Mensch, dementsprechend habe ich mich vielleicht ein bisschen übertrieben informiert, eher im Vorhinein. So bin ich einfach, das war schon immer so, weil ich das schon so gut, es ging sozusagen, schon vorher wissen wollte, aus Interesse natürlich auch, worauf ich mich da irgendwie einlasse und so. Also, ich hatte schon noch mit vielen Leuten, so wie es ging eben, im Vorhinein Kontakte und habe ganz viel gefragt. Dementsprechend glaube ich, war ich der Meinung, dass ich schon so grob ein Bild hätte, muss aber auch sagen, wenn du dann selbst drin bist, ist es einfach was ganz anderes. Also, du kannst es dir vorher nicht so wirklich vorstellen, egal, was du erzählt bekommst oder auch natürlich, das stimmt alles, was du erzählt bekommst, da will ich überhaupt nichts gegen sagen. Aber wenn du dann so selbst drin bist, eben ist schon einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Sache. Klischee-mäßig, weiß ich zum Beispiel, also ich persönlich bin in einer Beziehung, in der ich aber auch schon vor der Ausbildung war, auch schon länger vor der Ausbildung war und ich habe von ganz vielen Leuten gehört, ah, das fällt sowieso nicht während der Ausbildung. Also, das war so ein Klischee, fand ich, was ich vorher viel gehört habe. Ja, die Ausbildung ist so krass und du hast dann gar keine Zeit mehr und so viel Druck und du musst dann da hinziehen und dann kann das überhaupt gar nicht klappen und es gibt keine Beziehung, die das durchsteht und die das durchhält und so. Und das war zum Beispiel was, wo ich mir schon irgendwie Gedanken vorher gemacht hatte, weil mir das eben wichtig war, weil es auch schon eine langjährigere Beziehung war und ich jetzt nicht vorhatte, die irgendwie bald zu beenden auf irgendeine Art und Weise. und das war zum Beispiel ein Klischee, was sich für mich gar nicht gehalten hat. Wenn man das möchte und wenn man da eben bereit ist, weiterhin was für zu geben und so, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Das heißt nicht, dass es jede Beziehung automatisch easy schafft. Ich glaube schon, dass es vor allem für Leute, die von weiter weg sind und danach lang ziehen müssen, also wenn man jetzt, keine Ahnung, speziell irgendwie aus Flensburg kommt, jetzt super, super weit weg, sage ich mal, in Deutschland und dann hierher zieht, das ist natürlich eine Riesenumstellung, wenn man irgendwie vorher, weiß ich nicht, den Partner von der Schule kannte und ihn jeden Tag gesehen hat, logischerweise. Aber wenn man bereit ist, da eben trotzdem dran zu arbeiten, sage ich mal, und dass beide Seiten wollen und beide daran interessiert dran sind, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Zum Beispiel eine andere Sache, die sich bewahrheitet hat, die ich mir aber vorher nicht vorstellen konnte, war dieses Ding, du bist dann in so einer Bubble. Das haben auch ganz viele gesagt. Dann dachte ich so, ja, weiß nicht, ich habe ja noch meine Familie und meine Freunde so und klar lerne ich neue Leute kennen und die sind bestimmt voll cool, aber jetzt so in meiner Bubble und so, keine Ahnung, weiß nicht, ob das so stimmt. Und das fühlt man dann erst, wenn man drin ist, weil es schon, es ist eine spezielle Art von Leuten, also positiv gemeint, die sich da irgendwie dann im Kurs zusammenfinden und man hat eben so viel Druck in dieser Ausbildung, dass du eben auch irgendwie gezwungen bist, dich im Kurs gut zusammenzufinden und dann ist man schon in so einem Tunnel eigentlich, schon so von Prüfung zu Prüfung und mit den Kursen außenrum so ein bisschen und das ist was, was ich vorher eher nicht geglaubt habe und was aber dann wirklich tatsächlich schon so war, dass man da in so einer Bubble lebt und dass man auch ehrlich sagen muss, dass da haben andere, die das so nicht erlebt haben, nicht so das Verständnis für, was auch überhaupt nicht böse gemeint ist, aber das können auch manche von außen nicht so verstehen und zum Beispiel meine Großeltern konnten das auch nicht verstehen, als ich gesagt habe, mir im Moment läuft es nicht gut, vielleicht schaffe ich das nicht, vielleicht kriege ich das nicht hin und falle in der Prüfung durch, obwohl ich mein Bestes gebe. Dann hieß es immer, ich habe das doch immer dein Bestes gegeben, war es doch immer super, dann kannst du da doch jetzt gar nicht durchfallen, wenn du dein Bestes gibst, aber das ist halt leider dann doch bei manchen Sachen zum Teil anders. Da kann man sein Bestes geben und doch durchfallen und das können sich aber Leute von außen dann gar nicht so gut vorstellen und da merkt man dann schon so ein bisschen diese Bubble, dass dann schon Leute, die mit drin sind oder die das schon mitgemacht haben, da ein anderes Verständnis für haben oder das besser nachvollziehen können als von außen. Ja und vor allem auch Gesprächsthemen-Bubble. Ja, Gesprächsthemen-Bubble auch. Eben weil es halt nur noch in der Ausbildung oder gerade in dem Akademie ja eigentlich um Flugsicherung geht, es wird so krass in den Alltag integriert. Ich kann mich noch erinnern, ich bin in eine WG gezogen direkt, als ich hergekommen bin und mit zwei, die gegen Ende der Ausbildung waren und am Anfang fällt es natürlich super aus. Ich meine, du kommst aus einem ganz normalen Umfeld mit normalen Leuten in Anfangszeichen und plötzlich fallen da solche Abkürzungen und das und das und dann denkst du so, ach du Scheiße, also wie soll ich jemals da mitreden können und du verstehst auch wirklich gar nicht, worum es geht. Aber das Witzige ist, nach zwei Monaten eigentlich schon, sobald du eben da langsam rangeführt wirst, sprichst du plötzlich selber genauso wie die Leute, wo du am Anfang dies verstanden hast. Und ich habe es halt immer gemerkt, wenn ich dann, also ich habe zwar nie das Klischee gehört, aber jetzt, wo du es sagst, macht es auf jeden Fall super Sinn, weil ich nach Hause gegangen bin dann, keine Ahnung, ich habe irgendwie Simulationswörter oder Phraseology, da müssen ja eine Standard Phraseology folgen in der Flugsicherung. Side Facts. Zwei. Plötzlich, keine Ahnung, mit meinen Eltern manchmal irgendwelche Disregat oder whatever, was du im normalen Alter gar nicht benutzt hast, gesagt, genau. Auch so ein paar Jokes und so, es gibt schon so ein paar Sachen irgendwie, die man da auch so untereinander so Jokes, die man hat, die man da auch mal so bringt und dann lacht die im Kerl und ich so so, oh, das haben die alle jetzt auch gar nicht verstanden. Oder das Schlimmste, wenn ein paar Freunde von meiner Heimat mich besucht haben manchmal und dann ist man abends ein Bier getrunken mit Paar aus meinem Kurs auch noch und die ersten zwei Stunden ein super Gesprächsthema geht halt um ganz normale Sachen, aber irgendwann kippt es und es geht nur noch um Flugsicherung und ich bin dann immer daneben und versucht noch was zu erklären und dann das berühmteste Klischee, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, eben der berühmte Lotsen mit der Kelle am Flughafen. Ja. Das hört man natürlich also jedes zweite, dritte Mal. Ich finde es immer lustig, weil das oft erst, also bei mir ist auch gefallen, dass es oft erst rauskommt, wenn man über das Geld redet, dass viele, wenn man mit ihnen drüber redet und so, dass ganz viele sagen, ah ja, uns fluglos und so weiter und dann so, also dann denkt man so, die andere Person wüsste jetzt, was das ist und will sich irgendwie auskennen und dann werden halt Fragen gestellt und dann dauert es, ach krass, drei Jahre, das ist ja schon lange und so und dann ja und so viel Geld bekommt man dafür, dass du dann da stehst und dann mit den Kellen und dann, obwohl man schon so zehn Minuten über irgendwas geredet hat, weil ich schon dachte, irgendwie der andere kennt sich schon aus, weil er so gewirkt hat, als würde er sich auskennen, dann waren so, oh, nee, da müssen wir doch nochmal ein paar Schritte zurück. Ich mache was anderes. Marshaler heißt übrigens dieser Beruf, falls es jemanden interessiert, den man da auf dem Rollfeld sozusagen bei den Flugzeugen macht. Also Geld und Verantwortung, weitere zwei Klischees. Natürlich. Genau, und dann Verantwortung eben, letzteres auch noch ganz oft, oh, Job ja mit Riesenverantwortung, aber ich hatte irgendwo mal, vielleicht sogar bei einem Podcast in der vorherigen Folge, die ihr euch natürlich auch lernen müsst, dass es vergleichbar ist mit einem Schulbusfahrer und das habe ich dann auch immer aufgebracht, also weil ich meine letztendlich, wir alle haben irgendwo ein Stück weit Verantwortung in unserem Alltag. In bestimmten Aspekten ist es mehr, aber ich glaube trotzdem, du bist ja trotzdem auch nicht alleine. Und ich weiß nicht, wenn ein Schulbusfahrer eben jetzt alleine ist im Bus, wir arbeiten ja immer noch in Zweierteams und wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Ich meine, andere gucken auch mit oder wenn jetzt irgendwo, ich weiß nicht, eine Staffelungsunterschreitung ist, dann wird man sicherlich auch von rechts oder links angehauen. Ich weiß nicht, wie es ein echt ist, aber bei uns im Sinne auf jeden Fall. Ja, definitiv. Man ist nie alleine auf jeden Fall in der Ausbildung. Aber es ist schon spannend, auch so mit anderen sich dann zu unterhalten oder mit Leuten, die sich irgendwie auskennen damit, aber auch mit Leuten, die sich nicht auskennen damit. Aber was ich auch cool fand, also ich muss sagen, ich hatte im Vorhinein, es gibt auch viele, die vorher fragen, ja, aber ich habe da ja keine Ahnung von, kann ich denn überhaupt Fluglotse werden, wenn ich ja keine Ahnung von habe? Mein Vater ist jetzt kein Pilot und meine Mutter ist keine Fluglotsin und meine Eltern arbeiten auch nicht bei einer Airline oder so. Gibt es natürlich auch manchmal, weil man so natürlich leichter und schneller mit dem Berufsbild des Fluglotsin in Kontakt kommt irgendwie oder darüber überhaupt hört. Das ist jetzt ja auch nicht der gewöhnlichste Beruf. Aber ich persönlich komme aus keiner Fliegerfamilie in keiner Art und Weise und kam auch so in die Ausbildung, dass ich nichts wusste, außer dass ich Flugzeuge und Fliegen ganz cool fand. Und das reicht auch auf jeden Fall. Da muss man nicht mehr drüber wissen. Und ich muss sogar sagen, auch ich fand es vorher schon cool und faszinierend, aber auch es wurde immer nur noch spannender und immer noch cooler. Und je mehr man lernt, desto interessanter wird es noch, desto mehr versteht man. Also es wird eigentlich immer noch nur spannender und noch cooler, weil man auch immer mehr von dem System versteht und so. Ja, also absolut. Also bei mir war es auch, ich komme auch aus einer Familie ganz ohne Fliegererfahrung. Und so ist es auch im großen Teil in unserem ganzen Kurs. Natürlich gibt es ein, zwei Ausnahmen, aber wie gesagt, wir kommen eigentlich alle rein und hatten keine Ahnung, haben quasi im Flughafen gestanden, den Tau gesehen und gedacht, ja, das will ich machen. Und natürlich, also mit jeder Stunde, die Theoriestunde am Anfang, es ist auch wirklich nicht so lange. Also ich glaube, es waren drei Wochen, die wir nur Theorie hatten und dann ging es bei uns los mit dem Simulator. Also es fühlt sich jetzt nicht wie eine Ewigkeit an. Und gerade wenn es dann losgeht mit den Simulator-Stunden, ist es wirklich, ich weiß nicht, wie es später ist, aber am Anfang ja noch so, dass wirklich jeden Tag was kommt, was man irgendwie noch nie gesehen hat, wo man nicht weiß, womit man oder wie man damit umgehen soll. Das heißt, das ist ja auch, es ist nie so, dass wir irgendwie im Simulator sitzen und denken, ja, das habe ich jetzt die letzten zwei Tage schon gemacht, das ist jetzt irgendwie langweilig, sondern es ist halt irgendwie, dass mal was Neues hat. Das ist halt das, was es so spannend macht und was es auch dann jeden Tag noch ein bisschen, ja, faszinierender einfach macht. Das ist später auch nicht anders. Also jedenfalls nicht in der Akademie. Und im Echten Verkehr auch überhaupt gar nicht. Das ist auch ein Riesenklischee, finde ich, was gerade auch ältere Leute haben, die irgendwie sagen, ja, aber dann machst du dein Leben lang das Gleiche. Das heißt, du gehst jeden Tag dahin und du sagst jeden, also das ist sozusagen, als wäre das wie so ein Film, wenn man irgendwie abspielt oder so. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Ich nehme an, da kann ich auch für die Tower-Lotsen und Upper-Lotsen mitsprechen, auch wenn ich das nie selbst gemacht habe. Also es ist wirklich, jeder Tag ist eben anders. Das ist auch das, was es eben spannend macht, dass es nie gleich ist, dass es immer anders ist, dass jeden Tag neue Situationen kommen. Und so wird das auch ein Leben lang irgendwie bleiben, weil es immer Dinge gibt, die sich verändern, die dann irgendwie von außen die Umgebung anders machen, das Wetter, was anders ist, die Piloten, die anders sind, die Flugzeuge, die sich ja auch über die Zeit verändern, die Regeln. Corona war natürlich zum Beispiel auch als Beispiel jetzt auch eine vollkommen riesige Veränderung, die sich auch vorher niemand hätte denken können, was da irgendwie dann passiert und so. Also es ist überhaupt, also das absolute Gegenteil von jedem Tag, man macht dasselbe. Es ist eher so, du weißt gar nicht, was du überhaupt heute machst. Also du gehst eigentlich auf die Arbeit und dann schaust du mal, was so passiert. Das fängt auch schon im Sinn an, weil auch wenn jetzt im Sinn, gut, einerseits, wir steigern uns auch die ganze Zeit vom Schwierigkeitslevel, aber selbst wenn die Bedingungen irgendwie gleich wären, jeden Tag, ich meine, echt kommt ja noch Wind dazu und Piloten, Akzente, whatever, Vorarbeit vielleicht von anderen Sektoren, was bei uns im Sinn schon auf jeden Fall nicht gleich ist, jeden Tag, ist man selbst. Und wenn, genau, ja, und wie gesagt, mit einer Sache, die man anders macht als gestern, läuft alles völlig anders und da ist nicht mal Wetter dabei, weil von den Coaches, die wir dann, Gastcoaches, die wir haben, komme ich auch gleich nochmal kurz zurück, wenn die sagen in echt irgendwie, du kannst eine Situation, die hast du schon hundertmal gemacht, dann dreht der Wind um, keine Ahnung, 30, 40 Grad und plötzlich ist alles anders. Also mehr Abwechslung geht eigentlich nicht, genau. Und Gastcoaches, weil wir gerade, ja, im Sinn, kommt auch im späteren Teil der Ausbildung, da hat man auch Coaches, die dann eben nicht Vollzeitlehrer sind, sondern aktive Lotsen, die eben noch an der Niederlassung arbeiten und dann aber an die Akademie kommen und da unterrichten, was auch sehr cool ist, weil man dann eben nochmal mehr echte Einflüsse hat. Wir sind ja hier gerade am Campus der DFS in Langen bei Frankfurt. Habt ihr, bevor ihr euch bei der DFS beworben habt, schon mal von Langen gehört? Wusstet ihr, wo das ist? Ja, also ich habe noch nie von Langen gehört davor. Ich war tatsächlich auch noch nie in Frankfurt davor und ich komme aus Tübingen, näher Stuttgart. War aber, also sehr passend, weil Langen ist jetzt ja wirklich sehr zentral in Deutschland eigentlich, vor allem aus dem Süden kommt. Ich bin aus Berlin, hab auch von Langen vorher noch nie gehört, das erste Mal auf der DFS-Seite tatsächlich davon gelesen. Und ja, deshalb war das für mich, auch Frankfurt war ich noch nie, auch völlig neu. Einfach auch von der Art der Leute, ist ja dann doch schon was anderes noch als so weiter am Norden. Und wo kommst du her? Auf Mainz. Dementsprechend aus der Nieder. Also hast du noch nie von Langen gehört? Genau, nein. Also ich kannte tatsächlich Langen schon vorher, aber ich komme jetzt auch nicht direkt aus Langen selber. Also Mainz ist jetzt so eine halbe Stunde von hier ungefähr mit dem Auto, dreiviertel Stunde. Aber an sich kannte ich Langen jetzt als Stadt, wusste ich sozusagen, wo das liegt oder kannte auch Frankfurt und Darmstadt logischerweise. Genau. Und ja, ich wohne auch immer noch recht nah Richtung Mainz. Also ich bin tatsächlich auch nicht direkt nach Langen gezogen während der Ausbildung, sondern eben wohne in der Nähe von Mainz und bin auch wohnen geblieben. Deswegen war für mich die Umstellung von Akademie auf On-the-Job-Training, also auf den Standort Langen Center dann, von Langen Ausbildung zu Langen Center, war für mich standortmäßig keine Umstellung, logischerweise, weil es derselbe Standort ist und auch wohnen technisch, obwohl da auch viele noch mal umziehen. Es gibt auch viele, die, obwohl sie vorher in Langen gewohnt haben, selbst wenn sie in Langen bleiben, noch mal sich dann eine größere Wohnung holen oder irgendwie doch nach Frankfurt ziehen oder nach Darmstadt oder von Frankfurt oder Darmstadt nach Langen, je nachdem. Aber ich bin da auch weiter wohnen geblieben. Deswegen war das für mich von der Umstellung her auch recht entspannt wohnungstechnisch, dass ich dann einfach weitergeblieben bin, wo ich vorher auch war. Ja, dann ist es ja auch so entspannt, dass du noch lange gekommen bist. Genau, also das war für mich wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich war auch eine dieser komischen Menschen, die sich Center gewünscht hätte, hätte man sich es aussuchen können. Man darf sich das ja nicht aussuchen, in welchem Kurs man kommt. Aber wie lange dann? Ja, nee, tatsächlich. Ich fand es sogar auch fachlich cooler. Also ich hätte auch APA sogar noch cooler gefunden als Tower. Also nur ganz persönlich, nichts gegen Tower. Jedem das eine. Und dann, als die Standortverteilung eben bei uns kam, das kommt dann so am Ende der Akademiezeit, so zwei, drei Monate normalerweise, bevor man fertig ist in der Akademie, weiß man dann, an welchen festen Standort man kommt. Wie das eingeteilt wird, ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man im Tower, APA oder Lower Kurs ist. Also gut, im APA. Kannst du dir gerne selbst erzählen. Ich glaube, das weißt du jetzt ja auch am besten. Man weiß. Genau, bei uns ist es super kompliziert. Es gibt tatsächlich nämlich nur eine Zentrale in Deutschland für den oberen Luftraum und die ist in Karlsruhe. Dementsprechend war bei uns allen im Kurs sehr schnell klar, dass wir eben nach Karlsruhe kommen. Ja, aber wie gesagt, beim Lower ist natürlich nicht so leicht und beim Tower noch viel weniger leicht, weil da hast du, wie viele Standorte? 15 haben wir jetzt, beziehungsweise wird es jetzt, oder ist es ein bisschen weniger durch die Remote Tower Control, also durch die Fernsteuerung, quasi vermantelte Plätze. Aber es ist schon natürlich dann auch bei uns immer, immer mal wieder ein Thema, im Gegensatz zu euch dann wahrscheinlich. Hast du da irgendeinen Standort, wo du sagen würdest, wo das gar keinen ist? Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mich auf vieles, eigentlich auf alles einlassen, weil auch von den Standorten, die wir bis jetzt, es waren noch nicht so viele, aber besichtigt haben, oder wo wir auch Leute, auch teilweise Gastcoaches, die ja manchmal schon im Basic auch dabei sind, was wir so gehört haben, gibt es eigentlich keinen schlechten Standort. Und deshalb bin ich und ich glaube auch, der größte Teil unseres Kurses eigentlich noch, Stand jetzt, ziemlich offen. Mal gucken, wie es dann wirklich wird, wenn es dann zur Entscheidung kommt. Aber Stand jetzt sind wir da jetzt nicht irgendwie schon festgelegt, dass wir sagen, ja, dieser eine Standort oder sonst will ich das gar nicht. Hättet ihr zwei denn vorher auch einen Wunsch bezüglich Center oder Tower gehabt? Ja, also ich habe noch gar keine Ahnung vom Flugseum, da war es auf jeden Fall Tower, aber es lag einzig, was hat einen daran, dass ich nicht wusste, dass es da was anderes gibt. Was jetzt hoffentlich die Leute, die damals mein Ausfallgefahren gemacht haben, nicht gehören. Nein, Spaß. Als ich mich dann ein bisschen informiert habe, etc., wollte ich schon in Center. Und mit Karlsruhe bist du auch happy. Ja, ist perfekt. Genau, weil ich wollte eben weg, auf jeden Fall aus der Heimatstadt, aber jetzt nicht weg aus dem Süden von Deutschland. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Obwohl tatsächlich Plan B wäre, oder was ich auch noch sehr Lust hätte gehabt hätte, wäre Bremen gewesen. Ja, weil da habe ich auch mal, kommen wir mal zu Coast Connections, damals vor ein paar Monaten, zwei Freundinnen besucht. Und genau, Bremen auch, superschöne Stadt. Und du wolltest, also hattest du eine Präferenz auf Tower oder Center? Also, es war eigentlich ziemlich ähnlich. Ich wusste halt nicht so richtig, oder das Problem ist, glaube ich, oder bei vielen auch nicht so richtig, wir wissen nicht, was Center ist, sondern man bekommt halt wirklich einfach nicht so viel mit, auch wie es im Center abläuft. Deshalb ist am Anfang schon der Wunsch dann eher Tower. Wenn man sich das so mehr anguckt, und ich habe mir jetzt zum Beispiel vor dem Start der Ausbildung schon Center angeguckt und war dann eigentlich auch danach ziemlich offen für beides und dann war es mir auch relativ egal. Natürlich jetzt, wo wir ein fertiger Tower-Kurs sind, sagen wir auch, ja, schon cool, dass wir Tower sind, aber ich bin mir sicher, das gleiche hätten wir auch gesagt, wenn wir jetzt sind. Ja, das ist überall. Kommen wir nochmal zum Campus hier zurück. Wie würdet ihr so die Atmosphäre am Campus beschreiben? Meine ersten Eindrücke waren auf jeden Fall durchweg positiv, weil ich natürlich auch nicht wusste, und das ist schon anders auch als in der Schule, weil, wie schon gesagt wurde, es gibt halt kaum irgendwie Konkurrenzdenken oder ja, sowas hier. Und ich finde, man merkt es einfach so im Umgang miteinander, gerade auch die älteren Kurse, was vielleicht in der Schule oder sonst wo immer noch so ein bisschen von oben hat, weil es halt hier überhaupt nicht so, weil man irgendwie dann immer von jedem doch Unterstützung kriegt und weil ja auch die älteren Kurse sich dann auch interessieren, also gerade die Tower-Kurse, die halt ab und zu auch mal bei uns reingucken, in unsere Simulation gucken, wie weit wir so sind, was wir so machen. Und das ist einfach ja eine Atmosphäre, was dann neben den vielen anderen Sachen, die wir schon genannt haben, jetzt auch dazu beiträgt, dass man einfach in Ruhe hier arbeiten kann und sich darauf konzentrieren kann, was man halt lernen muss. Was ich auch cool fand, es ist teilweise wie Schule, aber teilweise nicht. Also, weil du hast einerseits mega das Gemeinschaftsdenken, was wir vorher auch schon angesprochen haben und machst Aktivitäten zusammen. Ich weiß nicht, manchmal gibt es hier oder alle paar Wochen gibt es ja irgendwelche Partys auf dem Campus, gibt es einen Fußballplatz hier, da kann man Fußball spielen. Und gleichzeitig ist es aber eben nicht so wie in der Schule. Das heißt, du bist immer noch in einem Arbeitsumfeld und hast so deine feste Taktung. Du hast eine viel verschiedenere Art und Weise oder größere Range sozusagen von Altersklassen hier. Sowohl jetzt bei Mit-Azubis als auch von Coaches. Und genau. Bei mir ist es mit dem Campus-Feeling tatsächlich mal ein bisschen anders, weil ich Corona-Kurs war. Ich habe im September 2020 angefangen, wollte eigentlich im April 2020 anfangen. Wunderbare Zeit. Wie gesagt, hat sich alles ein bisschen herausgezögert, war ein bisschen blöd, ist doof gelaufen, konnte ja auch niemand was früher, hätte niemand vorher besser planen und ahnen und organisieren können. Ich glaube, das hat bei mir speziell dafür gesorgt, dass auch unser Kurs noch mehr zusammengewachsen ist, weil wir leider eben nicht so viel Kontakt zu anderen Kursen haben konnten und durften, einfach Corona-regeltechnisch. Wir hatten dafür viel digitalen Kontakt, wir hatten sogar so digitale Plattformen, sage ich mal zusammen, wo wir sogar uns zum Spielen getroffen haben, dann in Phasen und so und zusammen morgen erst gespielt haben mit anderen Kursen und Leuten, die Bock hatten und so. Ja, aber wir haben schon auch extrem viel Zeit leider zu Hause verbracht. Wir hatten auch noch mal eine Pause in der Ausbildung, ein halbes Jahr, wo wir tatsächlich wirklich zu Hause waren und nicht weitermachen konnten, weil wir nicht in den Simulator durften wegen Sicherheitsbestimmungen und darauf warten mussten, dass die Sicherheitsbestimmungen dann aufgelöst werden, damit wir dann wieder weitermachen können mit der Ausbildung. Das war alles ein bisschen nervig und ärgerlich. Deswegen würde ich tatsächlich behaupten, dass ich jetzt nicht den normalen Supercampus irgendwie erlebt habe. Unsere Pub war die erste oder zweite Pub, die es überhaupt wieder gab dann seit Corona. Also es war wirklich gerade so am Ende von meiner Akademiezeit so, dass es sich wieder halbwegs normalisiert hatte, dass man sich dann wieder mit ein paar Leuten treffen durfte. Wir hatten keine Willkommensparty und auch zwischendrin nicht viele Partys oder Treffen am Langener Waldsee, die sehr beliebt sind oder solche Sachen. Ja, das war halt ein bisschen schade, hat aber glaube ich schon trotzdem uns auch dafür gesorgt, dass wir nochmal mehr als Kurs eben zusammengewachsen sind, als eine Einheit und weniger eben dann mit anderen Kursen zu tun hatten. Aber trotzdem, selbst das haben wir auch digital so gut es eben ging gemacht und haben das Beste draus gemacht. Kann man halt nicht wissen, kann man vorher nicht planen und machen und ändern. Aber trotzdem habe ich die Zeit genossen. Also ich war jetzt trotzdem nie alleine oder so. Also hat uns trotzdem auch anders zusammengeschweißt, logischerweise. Und ich weiß auch noch, dass nach dem halben Jahr, wo wir, also wir hatten, wir hatten vorher zusammen ungefähr ein halbes Jahr und dann waren wir ein halbes Jahr alle zu Hause und hatten Pause. Also Anfang 2021 bis Januar, bis Juni. Genau, Dezember waren wir das letzte Mal an der Akademie und dann das nächste Mal im Juni. Und ich weiß auch noch, wie wir uns alle so gefreut haben, wieder anzufangen. Wirklich der erste Tag zurück, dann nach so einem halben Jahr einfach alle zu Hause warten. War so cool, den Kurs einfach nach einem halben Jahr wieder zu sehen. Vereinzelt hat man sich natürlich getroffen und so, aber eigentlich alles, fast alles nur über Teams dann. Mal nur irgendwie, die, die in der WG gewohnt haben, haben sich eben gesehen oder man hat sich mal zu zweit draußen zum Spazieren getroffen. Mehr war es ja nicht. Und dann nach einem halben Jahr ist es so cool, endlich wieder als Kurs gemeinsam hier sitzen zu können, auch wenn es natürlich dann Masken gab und so weiter. Alles wie vorher auch wieder und es alles wieder anfing. Aber wir haben das Beste draus gemacht. War trotzdem cool. Sehr cool. Und wenn ihr jetzt mal so einen kleinen Ausblick geben könnt, was ist für euch in eurer Phase der Ausbildung gerade, was ist der nächste große Schritt, die nächste große Prüfung, das nächste richtig wichtig Greifbare, was so ansteht für euch? Wie ist es bei dir? Wie gesagt, wir haben heute beziehungsweise die andere Hälfte morgen unsere TAU-Prüfung unter uns, was für uns erstmal so von Anfang an eigentlich so der erste große Schnitt war, weil es halt auch das war, wo wir uns einfach am meisten drauf gefreut haben. Jetzt kommt erstmal noch der zweite Theorie-Test. Wir schielen aber eigentlich mit einem Auge schon natürlich jetzt auf die Radarsimulation, die jetzt kommt, weil das ja auch was ist, wo wir einfach auch wieder überhaupt nicht wissen, was auf uns zukommt, wie das so läuft. Und das ist ja auch interessant, das mal wirklich die andere Seite zu sehen. Und das ist ja auch dann zumindestens, das beim Aktiven selber tun, das erste und letzte Mal, dass wir wirklich dann das auch mal fühlen können, wie so die andere Seite ist. Und das ist so dann auch der nächste größere Abschnitt, wo wir dann auch wirklich uns drauf freuen und wo dann auch die zweite praktische oder zweite praktische Leistungsnachweis dann dazu ist, kurz vor Ende unseres Basic-Kurses dann. Bei mir ist es der Face-Report im Rating-GB, also genau die Bewertung eben nochmal über einen gewissen Zeitraum und danach dann die PAP, also praktische Abschlussprüfung an der Akademie. Und ist auch relativ eng getaktet, also Anfang November haben wir unseren Face-Report und Anfang Dezember unsere Abschlussprüfung. Ja, also ich habe sozusagen eigentlich alle Theorie-Tests und theoretischen Tests hinter mir, alle Simulator-Tests mal sehen, also an sich auch. Das heißt, ich mache jetzt nur noch, das heißt dann Check-Out zum Schluss, ist auch wieder pro EBG, pro Einsatzberechtigungsgruppe, je nachdem, welche Sektoren man hat, wieder total unterschiedlich geregelt. In meiner EBG speziell, also ich bin jetzt für den Luftraum zuständig über Münster, Osnabrück, Dortmund und Paderborn-Lippstadt. Das sind sozusagen die drei Flughäfen, die wir drin haben und dann aber auch noch so den Bereich über Siegerland, über Bielefeld, bis hoch nach Osnabrück und bis an die holländische Grenze. Genau, und bei uns ist es so, dass man eben zuerst in einem Teil der Sektoren anfängt, den trainiert, bis man den sozusagen perfekt kann, dann dort Check-Out macht und dann nochmal einen anderen Teil an Sektoren hat, den man dann nochmal trainiert, bis man den perfekt kann. Und wenn man dann den zweiten Check-Out hatte, dann ist man komplett fertig mit der Ausbildung, darf eben überall alleine arbeiten. Aber zuerst kommt eben der erste Teil und dann darf man sogar auch schon im ersten Teil alleine arbeiten, während man eben im zweiten Teil dann immer noch mit Coach trainiert, logischerweise, und dann da nochmal trainiert wird. Und ich bin jetzt eben davor, dann im ersten Teil irgendwann Prüfung zu machen. Die steht auch noch nicht fest. Ich mache mir da auch keinen Druck. Das bringt bei mir persönlich auch nicht so viel. Das habe ich realisiert. Ich will, dass es einfach auf mich zukommen, bis meine Coaches sagen, ja, du schaffst es, du bist dafür bereit, du kannst es. Solange mir immer gesagt wird, du bist auf einem guten Weg, das wird schon, wir schauen mal, das wird klappen, wir sehen da nicht, dass es nicht klappt, das ist alles in Ordnung. Manche brauchen länger, bis sie die Sicherheit eben auch haben. Ich bin auch kein Mensch, der auf gut Glück eine Prüfung macht, sondern ich bin auch der Typ Mensch, der da eben gut vorbereitet sein will und dem es dann auch besser geht in der Prüfung, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gut vorbereitet. Deshalb lasse ich mir da einfach mehr Zeit und habe da jetzt auch noch keinen Prüfungstermin für. Aber das ist jetzt so die nächste, sozusagen mein erstes Check-Out, das ist die nächste Prüfung, auf die ich jetzt hingucke, was dann einfach nur eine praktische Prüfung ist. Also das heißt, ich mache das, was ich auch normal mache, habe nur um mich herum eben Prüfer, die das alles nochmal ganz genau beobachten, über mehrere Tage bewerten, mich genau bei meiner Arbeit beobachten und dann eben sagen, ob ich das alleine gut genug gemacht habe oder nicht. Und natürlich mit den Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, wie normalerweise auch, aber ich werde natürlich alleine bewertet. Und das ist so das nächste, worauf ich schaue. Mal schauen, wann es soweit ist, mal schauen, wann ich den Termin bekomme, mal schauen, wie es weiterläuft. Aber solange alles gut ist, bin ich zufrieden. Schauen wir mal durch. Ja, super. Spannend. Also wir drücken euch natürlich allen die Daumen, für das, was da so ansteht. Und wenn ihr jetzt zum Schluss noch zukünftigen Azubis oder denen, die sich vielleicht bewerben möchten oder so überlegen, ob das was für sie sein könnte, wenn ihr denen eine Sache mit auf den Weg geben könntet, was wäre das? Ganz wichtig, auf jeden Fall bewerben. Würde ich also auch ähnlich sagen, sozusagen bewerben und einfach probieren und in Anführungszeichen kämpfen, nicht aufgeben, sondern daran glauben. Ja, und ich würde sagen, so wie Carol das gerade schon zu ihrem Checkout gesagt hat im OJT, ist es auch wirklich wichtig, nicht zu angespannt an die ganze Sache ranzugehen, sondern da wirklich locker ranzugehen. Das ist auch was, was mir in Hamburg schwergefallen ist, wo ich mich wirklich darauf konzentrieren musste, aber was ich jetzt auch gerade bei den Prüfungen wieder gemerkt habe, wie viel besser und wie viel einfacher und entspannter das alles läuft, wenn man da auch nicht ganz so angespannt rangeht, sondern es einfach auf sich zukommen lässt. Ja, sehr schön. Ich finde, das ist ein cooles Ende. Danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wie gesagt, viel Erfolg für alles, was euch noch so bevorsteht. Wir sind damit tatsächlich nicht nur am Ende dieser Folge, sondern auch dieser Podcast-Reihe angekommen. Ich freue mich, dass ich mit so vielen spannenden Leuten sprechen konnte und ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn euch die Folgen gefallen hat, dann hört euch gerne auch unsere vorherigen Folgen an. Da haben wir noch ganz viele andere Themenbereiche abgedeckt und wenn ihr Lust habt, lasst gerne eine Bewertung da, da freuen wir uns natürlich auch. Falls ihr weitere Fragen habt, die wir jetzt vielleicht nicht beantwortet haben, folgt uns gerne auf Instagram oder TikTok. Da findet ihr uns unter at dfs-campuswelt. Da bekommt ihr noch viel mehr Einblicke in die Lotsenausbildung und um den ganzen Flugsicherungskosmos. Und falls ihr jetzt so große Lust auf den Fluglotsenberuf bekommen habt, dass ihr euch direkt bewerben wollt, dann könnt ihr das unter www.fluglotsewerden.de machen. Da findet ihr alle Infos zur Bewerbung, zur Ausbildung und zum Auswahlverfahren und könnt euch auch direkt bewerben. Das war es jetzt von uns für dieses Jahr und ich freue mich, wenn es dann nächstes Jahr wieder heißt Cleared for Take-off der Fluglotsen-Podcast. Vielen Dank.